Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wenn es ein Kennzeichen gibt unserer Zeit, zumindest in unserer westlichen Hemisphäre, dann ist es wohl nicht falsch beschrieben, wenn man dieses Kennzeichen im Blick auf die Menschen den Individualismus nennt. Es geht immer letztendlich um mein Leben, um meine Interessen, meinen Willen, meine Perspektive. Das ist sozusagen inzwischen ein unantastbares Dogma geworden. Das Ergebnis davon ist, dass wir überall dort, wo es um Gemeinschaft geht, also wo es nicht um die Durchsetzung der Interessen und den Schutz des Individuums geht, so wichtig das auch sein mag, dass wir überall dort, wo es um Gemeinschaft geht, Zersetzungserscheinungen erleben. Wir sehen das überall, in der Familie, in Freundschaften, in jeder Art von Beziehung, in der Kirche, in der Gesellschaft. Und es scheinen Gegensätze zu sein und Interessenkonflikte, die unüberbrückbar erscheinen. Unser Evangelium heute wählt einen anderen Ansatz, eine schrittweise Folge. Und es ist sehr spannend, ich will Sie damit heute Morgen nicht quälen, aber es ist sehr spannend, die Auslegungsgeschichte dieses Evangeliums anzuschauen. Denn eine sich modern nennende Exegese hat dieses Evangelium schnell einsortiert und sagt, das hat Jesus eigentlich nie gesagt. Weil da ist ja von Kirche oder von Gemeinde die Rede. Das hat ja Jesus gar nicht gewollt. Und damit macht man Jesus zum Patron des Individualismus. Am nächsten Sonntag werden wir ihn hören, wenn er auf die Frage des Petrus sagt, ja, aber Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagt nicht siebenmal, siebenmal, siebzigmal. Wir sehen aber hier deutlich den Unterschied und den Zusammenhang, was man dem Einzelnen zumuten kann an Vergebungsbereitschaft. Das ist der Gemeinschaft noch lange nicht zuzumuten. Und wir haben es hier, da ist Jesus ganz zu Hause in der jüdischen Auslegung seiner Zeit mit einer Auslegung des Liebesgebotes zu tun. Während unsere modern sich dünkende Exegese schnell davon spricht, ja, ist doch klar, da wird schon die Exkommunikation vorbereitet, wie die das dann jahrhundertelang gemacht haben. Hier geht es um eine Auslegung des Liebesgebotes zu Leviticus und Deuteronomium. Wie kann Liebe konkret werden? Nicht in dem seit umschlungen Millionen, das ist ein billiger Slogan, das kann man schnell sagen und ebenso schnell vergessen, es kostet mich nichts. Liebe zeigt sich im Umgang mit Konflikten, im Umgang mit denen, die schuldig werden. Und das kann jede und jeder von uns sein. Es ist ja nicht so, als wäre das nur eine ganz bestimmte ausgesonderte Gruppe, die ein bisschen spinnen. Wir alle können davon betroffen sein. Und wir alle profitieren dann davon. Zur Rechtweisung unter vier Augen. Ein Schutz für den und die, die sich verfehlt. Nicht das Zerren in die Öffentlichkeit. Nicht das öffentliche Bloßstellen ist der erste Schritt. Und wir sollten heute gut darüber nachdenken, dass es schwierig ist, diesen Schutz einzuhalten. Denn oft ist es ja so, dass die, die meinen, ihnen geschieht Unrecht, oder die unbedingt ihren individuellen Spleen, der dann oft ein Vogel ist und mit dem Heiligen Geist verwechselt wird, sofort in die Medien gelangt. Und damit ist die Öffentlichkeit hergestellt. Und jeder, der nur eine Schrittfolge wagt, ist schon der Böse. Lassen Sie uns im Kleinen wie im Großen bei den Worten Jesu des Evangeliums bleiben. Konflikte werden nicht in die Öffentlichkeit gezogen. Da gehören Sie nicht hin. Sondern unter vier Augen. Und wenn Sie dort geklärt werden können, ist das großartig. Wenn das nicht funktioniert, dann soll es eine kleine Gruppe sein. Wie das Buch Leviticus es sagt. Zwei oder drei Zeugen. Damit man das Tableau vergrößert. Vergrößert. Andere Perspektiven hineinbekommt. Um so Dinge zu klären. Und erst dann soll es vor die, egal wie man das übersetzt, im Wörtlichen steht hier, die Kirche, die Gemeinde, die Versammlung. Und wenn er auch auf sie nicht hört, dann sei er für dich ein Heide und ein Zöllner. Was heißt das? Das heißt zunächst, man bricht die Kommunikation ab. Aber Heiden und Zöllner sind uns aus dem Evangelium nicht unbekannt. Wir wissen, dass Jesus gerade in dieser Personengruppe ein unglaubliches Potenzial für seine Botschaft sieht. Umkehrbereitschaft. Und das ist das Ziel. Nicht der Tritt in den Allerwertesten. Tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Sondern, wenn Dinge so verhakt sind, und wir kennen solche Situationen, dann gibt es zunächst einen Kommunikationsabbruch, aber immer mit dem Ziel, jemanden zur Umkehr zu bringen, dass er oder sie zurückkommt. Warum spricht Jesus in seiner Gruppe diese Empfehlung aus? Jesus weiß sehr genau, dass eine Gruppe, die, Jesus will das so, dass eine Gemeinschaft, die missionarisch sein soll, ihre ganze Kraft verliert, wenn sie sich nach innen hin verschleißt, in Konflikten. Ist das nicht genau unser Dilemma, dass wir auch innerkirchlich haben? Wenn wir immer wieder jeden Tag bombardiert werden mit Wortmeldungen, mit dieser Meinung und jener Meinung und diesem Wissenschaftler und der Theologe sagt das und jener jenes. Was denn jetzt? Wir sollten, ich weiß, es ist eine schwierige Empfehlung, liebe Schwestern und Brüder, wir sollten eigentlich gar nicht mehr hinhören. Es lenkt uns nur ab. Es lenkt uns von dem ab, was Jesus im Evangelium sagt. Und das allein sollen wir tun. Dann haben wir immer den richtigen Maßstab. Wir sollen uns eben nicht in diesem innerkirchlichen Klein-Klein verschleißen. Und jetzt hat dieser Bischof wieder dieses und der Papst wieder jenes und jetzt ist dieses Rundschreiben da und dann gibt es wieder eine Wortmeldung. Das führt alles zu nichts. Wir sollen unsere Kraft sammeln aus diesem Wort des Evangeliums, auch bei Konflikten, um die Kraft nach außen zu haben, um überzeugen zu können, um Menschen dazu zu gewinnen, dass es ein guter Weg ist, den wir gehen im Glauben. Dass es ein Weg ist, der zum Leben führt, auch wenn es Konflikte gibt. Wir sollten eigentlich sehr dankbar sein, dass Jesus das so offen anspricht im Evangelium. Wir neigen manchmal dazu, Konflikte zu verschweigen oder zu beschönigen und sagen, na, so etwas gibt es in der Kirche gar nicht. Naja, wir wissen das eigentlich selber besser. In unseren Gemeinschaften, in den Klöstern, in den Familien gibt es überall Konflikte, weil überall Menschen sind, die auch Fehler machen. Ich, sie alle. Gut ist es, dass uns Jesus einen Weg zeigt, wie wir damit umgehen können. Und er sagt es im gleichen Evangelium. Wenn zwei von euch um das Gleiche bitten, wird es mein himmlischer Vater nicht verwehren. Das Gleiche ist es. wenn es ein paar anderegaden gibt, ui, Wenn es jemand ist, mit einem Ausfindung kochen können.